Okay. Scheiße! Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Fuck, ich schief! Papa hat jetzt gemerkt, dass sicher in den nächsten zwei, drei Tagen ganz die Ruhe oder so kommt mit Ausgangsverbot. Ich fürchte, dass wir da jetzt keine Möglichkeit haben, dass wir auf dem Weg aus dem Tal irgendwie rauskommen. Also wir waren da drei Stunden nochmal sicher im Dunkeln unterwegs. Mir ist echt noch nie so scheiße gegangen, als wir da. Tourismusverband, ZK ab, Gemälde, Sölden ist zu. Das sind die zwei Adressen, die ich von der Polizei gesagt habe, dass wir offen sind. Was sollte man eigentlich gerade tun, wenn es unten so zugeht? Und wir sind da oben und machen heilig alle Skifahren, das ist eigentlich auch nicht richtig. Ja, haben wir dann noch eine Option. Was haben wir da angefangen? Du bist einfach nicht motiviert zum Skifahren oder ich bin nicht motiviert. Was tun wir da? Du, das darfst nicht keinen sagen, heil. Viel in Sicht. Irgendwie ist das für mich gerade die Geschichte, was uns da gerade alle bewusst werden, dass wir die kommenden Scheiß machen. Mit jedem Tag mehr. Und dass wir eigentlich was anderes da hätten, als wir jetzt da auf der Gaudi sein und Skifahren, weißt. Und wir sind so lemon. Na